Deutsche Fußball ist geil Deutsche Fußball ist geil Deutsche Fußball ist geil Bebe ich dann hintertai Bebe ich dann hintertai O bagulho é doidão A nossa seleção Com camisa Do mengal Totalmente boladão O time alemão O bagulho é doidão A nossa seleção Com camisa Do mengal Totalmente boladão O time alemão O bagulho é doidão A nossa seleção Com camisa Do mengal Totalmente boladão O time alemão O bagulho é doidão A nossa seleção Com camisa Do mengal Totalmente boladão O time alemão Bota, 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 bota O bagulho é doidão O bagulho é doidão O bagulho é doidão Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Deutsche Fußball ist geil, Deutsche Fußball ist geil Frag nicht weit, bewegt dein Hinterteil Ich habe einen Tanz erfunden, extra für das Lied und der Text sagt, er bewegt dein Hinterteil Das heißt, die Leute, die sollen hier so zappeln wie ein Fisch der gerade in die Angel gekommen ist Es gibt in Brasilien das sogenannte Trainamento Das heißt, das Training für den Arsch wenn ich das so sagen darf Und zwar sind es halt so ganz schnelle Bewegungen Aber ich habe das auch so gemeint zum einen, dass die Leute auch einfach den Arsch hochkriegen sollen und maximal die deutschen Nationalmannschaft unterstützen sollen Also sagen, das ist das Training für den Arsch hochkriegen